Herzlichen Glückwunsch, Tussi und Tatsan! Wir haben vorhin zwei Jahren gesprochen. Und nach der Olimpik-Viktion, haben Sie Ihren beiden Hunden, Tussi und Tatsan, für diesen Wunsch. Wer war heute der Schlüssel zum Sieg? Es war nicht so kalt am Kopf heute. Ja, das alte Geheimnis, schnell laufen und gut schießen. Wann haben Sie ungefähr gewusst oder geahnt, dass Sie gewinnen können? Ja, definitiv erst nach dem letzten Schießen auf der letzten Runde. Als ich eine Minute Vorsprung hatte, da war ich erst sicher. Aber ein kleines bisschen auch nur nicht ganz sicher. In den norwegischen Medien heißt es, Sie wollen vielleicht aufhören, nach dem Ende der Saison. Was ist da dran? Haben Sie schon was entschieden? Ja, das war schon lange vor. Aber ich habe es nicht gesagt, aber ich werde nach Sochi gehen. Na, sie hat sich dann doch noch anders entschieden. Sie wird bis Sochi weitermachen. Bis Olympia 2014. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.